Hallo und willkommen meine Freunde zu unserem weiteren Teil von Fortresscraft Evolve zum Massenumbau. Das ist das Wort, was ich eigentlich sagen wollte. Ja, ich baue hier schön unsere Forschungseinrichtung, beziehungsweise nicht Forschungseinrichtung, sondern unser Lagersystem. Ich habe mir was Neues jetzt überlegt. Ich hoffe jetzt, dass das funktioniert. Wenn das jetzt auch nicht funktioniert, dann weiß ich es wirklich nicht mehr, wie ich es ändern soll. Nichtsdestotrotz versuchen wir jetzt mal hier das System so zu machen, wie ich es mir vorgestellt hatte. So, dann kommt das Ding da dran. Dann drehen wir das. Dann kommt das Ding da dran. Dann drehen wir das auch. Dann kommt das Ding da dran. Dann drehen wir das auch. Also, der gibt jetzt schneller aus. Wie gesagt, auch wieder 10 Dinger. Ich hoffe, dass das jetzt passt, was ich jetzt hier gemacht habe. Ich glaube nämlich wieder nicht. Das passt wieder nicht. Das ist doch zum Mäuse merken. Da kann ich das schon wieder abreißen. Lass mich mal eben überlegen. Also, hier käme rein theoretisch Band 1 hin. Ähm, ja genau, Moment. Also, Band 1 käme hier hin. Dann gucken wir mal. Wo sind meine Bänder? Band 1. Na, war ja wieder sowas von klar. Äh, Band 2. Ne, passt nicht. Dann müssen wir rüber. Ja, dann muss ich das nochmal abreißen. Das ist, wenn man nicht ausrechnet, ne. Dann passiert sowas. Aber ja gut, okay. Kann ich mit leben. Sehr gut sogar. Also. Äh, machen wir es doch mal anders. 1, 2, 3, 4, 5. So. So. Das sollte unser Setup sein. Ähm. Dann sollte das nochmal so sein. So sein. So. So. 3. Und jetzt noch 2 dazu. Dann sollte das Setup jetzt stehen. Ich hoffe, dass das passt, ne. Also, meine Freunde. 1, 2, 3, 4. 1 noch dahin. 5. So, dann haben wir das schon mal jetzt. Also. Ja, das passt jetzt hier nicht ganz. Aber von der Breite her zumindest passt es. Äh, ich setze jetzt mal eben hier die Dinger dran. Wo sind sie jetzt wieder? Hier. Also. 1, 2, 3, 4, 5. Na. Was soll das? 5. 6, 7, 8, 9, 9 und 10. 10. So. Wir drehen das Ganze. Jetzt passt das natürlich. Doch, das passt ja hier drüber. Ich wollte gerade schon sagen. Dann hätte ich aber einen Anfall bekommen. Beziehungsweise wir brauchen ja hier 3 sowieso noch nicht. Äh. Die raus sortieren. Verdammt viele Dinges brauchen wir hier. So, dann drehen wir die noch. Drehen. 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 Und hier drehen. So, wunderbar. Also, fangen wir jetzt mal direkt an. Du bist Nummer 1. Du bist Nummer 2. Und wehe dem, das läuft nicht. Dann habt ihr mich aber hier liegen. So, du bist Nummer 3. Dann kommt hier Nummer 4. Nummer 4 bitte einmal. Bis den Strom und so sowieso da abreißen hat. War jetzt sowieso nur für den BL 9000 gedacht. Aber wir haben dann festgestellt, mit der Hand sind wir irgendwie schneller. So, das ist natürlich meine schöne rote. Mein schönes rotes Dingens nicht mehr zu sehen. Hier meine Wand so. Aber da können wir mit Leben im Moment. Können wir hier ein paar schöne Lampen hin machen wahrscheinlich. Das könnten wir mal tun. Dass das hier ein bisschen schöner aussieht. Machen wir hier eine hin. Ähm. Oder überstrahlt das denn? Das ist die Frage. Machen wir hier eine hin. Ich glaube, das überstrahlt ein bisschen, oder? Ah, da einen hin. Da einen hin. Und hier einen hin. Müsst ja nicht überall eine Lampe drauf machen. Reicht ja, wenn zwei drauf sind. Nicht, weil es uns kalt ist. Sondern ganz einfach nur aus Licht können. Wir wollten ja auch mal das normale Licht testen. So, das sieht doch schon mal einigermaßen besser aus. Und dann haben wir jetzt hier. Hier geht es auf jeden Fall wieder rein. So, der setiert uns hier auf jeden Fall aus. So. Du gehst oder kommst hier von unserer Satieranlage aus. Also zwei hier von der Satieranlage. Dann kommt hier die Satieranlage hin. Vier. Gucken, wie viel Erze wir da unterkriegen. Wir machen eigentlich die ganze schöne Wand kaputt. Fällt mir gerade mal auf, ne? Aber. Wir werden es auf jeden Fall schnuckelig machen. So. Ich gehe mal hier hoch. Wir werden jetzt die ganzen Dings, die wir hier haben, werden wir verballern. Um, wie gesagt, hier Convea zu machen. Jetzt müssen wir natürlich schauen. Das soll wieder im Umlauf sein hier. Wie mache ich das am besten? Es wäre, glaube ich, besser, wenn wir es unterirdisch ziehen würden. So, pass mal auf. Nein, das war falsch. Du kommst so hin. Die Frage ist, der droppt der jetzt trotzdem nach unten oder nicht? Der droppt jetzt nach unten, genau, ne? Das will ich ja eigentlich gar nicht. Das ist, uh, jetzt müssen wir überlegen. Wie wir das verlegen. Wie wir das verlegen. Oder wir fahren hoch. Wir fahren einfach hoch, würde ich sagen. Äh, das wäre das Sinnigste. Ja, das machen wir auch. Ich weiß nicht. Habe ich noch mit oder habe ich nicht mit? Gut, da müssen wir mal schauen, ob ich die mit habe. Also erstmal einen, der rausfährt. Ganz normal, ne? So. Du fährst raus. Will ich das schon direkt so hoch haben? Können wir eigentlich. Ist kein Problem. So, habe ich jetzt die Dinger, die hochfahren? Oder muss ich jetzt echt nochmal nach oben? Wir sollten uns auch mal hier unten ein Crafting Table hinbauen. Das wäre vielleicht auch nochmal witzig. Ähm, nur die runter, die, die hochfahren, habe ich doch. Seht ihr das? Das ist doch alles schon mal Spitzenklasse. So, dann wählen wir das nämlich aus. Zack. So. Dann sagen wir jetzt einfach erstmal, eben schnell bauen wir hier ein paar Blöcke hin. Die können wir dann abbauen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf, genau so. Lassen wir das mal für den Moment so. Ziehen das Band darüber. Wie viele Fließbänder wir hier haben. Unglaublich. Also ich glaube, ich habe jetzt schon fast tausend Fließbänder verbaut. So, und dann brauchen wir natürlich eins, was wieder runter geht. Ähm. Alles das, was hoch geht, geht auch wieder runter. Dann nehmen wir das mal eben. Schwupp, zack, da dran. So, sehr schön. Dann hätten wir das schon mal. Dann kommen jetzt hier die Dinger wieder weg. Hier kommt sowieso, ähm, wird ja sowieso abgebaut. Von daher passt das. Also, das erste Band geht dann hier weg. Das ist Nummer eins. So. Nummer zwei geht dann so weg. Nummer drei geht dann so weg. Wobei ich jetzt eigentlich immer noch nicht weiß, ähm, ja, wie viel letztendlich, äh, man jetzt schmelzen muss oder so. Aber die gehen auf jeden Fall alle schön da drunter. Seht ihr das? Also das wollte ich ja mit meiner Brücke hier bezwecken. Das geht dann hier wieder so rum. Und geht dann hinten ins System wieder rein. Also wir füttern dann sozusagen die Anlage wieder. Na, na. So. Nein. So. Sieht doch schon mal nicht schlecht aus, ne. Und dann drehen wir das Ganze. Nein. Wo ist meine Taste jetzt? So, wir drehen das. Und hier wird dann wieder reingepackt. Ich weiß nicht, wie groß wir die jetzt machen. Sollen wir die echt so übelst groß machen? Ich weiß es nicht. Was meint ihr? Ähm. Wir können ja mal ein bisschen hier hochbauen. Das heißt, wir können rein theoretisch, damit es schöner aussieht. aussieht und schöner aussehen wird. Folgendes machen. Wir gehen hin. Und setzen hier die Dinger da vor. Zack. Und hier. Da kommt gleich dann das Weiße drüber. Jetzt bauen wir erstmal hier diese Container alle ab. Beziehungsweise ich muss jetzt erstmal alle leer machen, ne. Bevor ich die abbaue, oder? Kann ich das so einsammeln? Ich kann das auch so einsammeln, ne. Machen wir hier das System wieder weg. So viele Erze haben wir dann jetzt hier. Leck, Gummio. So, wir müssen auf jeden Fall Platz haben hier in unserer Ankunftshalle. So, dann machen wir das hier weg. Die kommen noch weg hier. Ich glaube, oben war noch eine Linie drüber, ne. Seht ihr das? Dann reißen wir das hier alles mal schön wieder schnell weg. Schwuppdiwupp. So, wie es sich gehört. Unzählige Sachen im Inventar. Unzählige Sachen, meine Freunde. Das glaubt ihr gar nicht. Wir müssen das jetzt auch mal irgendwie klären. Ich glaube, wir werden es... Wie klären wir das am besten? Dass wir sauber da rangehen. Das ist eine Frage jetzt. Eine Frage aller Fragen. Aber wir wollen ja erstmal testen, ob das hier funktioniert, unser System. So, jetzt bauen wir erstmal hier hoch. Wo sind jetzt wieder meine Hopper? So. Jetzt hier hoch. Zack. Müssen wir bis ganz unter die Decke? Ich weiß nicht. I don't know. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Der soll weg. Ähm. Ja, gehen wir jetzt bis oben oder nicht? Ja, ich würde sagen, ja. Also wenn schon, denn schon. Meint ihr, das ist Verschwendung? Meint ihr, das ist wirklich so Verschwendung? Das könnt ihr ja mal gerne in den Kommentaren schreiben. Also wie gesagt, ähm. Ich bin da gerne mal, ähm. Meinungskundig. Ich würde sagen, wir machen jetzt auf jeden Fall an dieser Stelle Schluss. Ich baue jetzt hier die Anlage noch zu Ende. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss. Ciao. Und, äh. Bye-bye. Bye-bye.